Aber wir können nicht hierbleiben. Junge. Da war so viel, ich... Ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Abgeschlossen. Ja. Die gezeichneten Bäume. Aber eine Grieche. Wow. Wie ist das denn passiert? Reise zum Berg. Alles klar. Ähm. So, okay. Okay, dann müssen wir mal eben gucken. Wo müssen wir denn her? Müssen wir hier durch diese Spalte. Diese Spalte, die sich hier neu aufgetan hat. Da müssen wir durch. Alles klar. Okay, was ist hier noch? Ähm. Energie. Okay, brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich habe getan, was nötig war. So, über Vorsprung laufen. Ne? Wo? Ach, hier muss ich lang. Alles klar. Okay. Ach, guck mal, wie süß der Kleine. Geht da hinten beim Papa auf den Rücken. Hm, schön. Ähm. Ähm. Verstanden. Alles klar. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse hier, ne? Aber sehen tue ich jetzt gerade hier nichts. Okay. Och. Los. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Ja, guck mal vor. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Traugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Begleit mit dir. Ich verstehe. So, okay. War das schon immer hier? Ich habe mich verpasst. Nein. Gut. Alles klar. Okay. Warte mal, hier ist noch was. Ich muss das mal ganz kurz einsammeln. Ein bisschen Hacksilber. Nehmen wir immer gerne mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Aber hier können wir irgendwas mitmachen. Hier ist noch eine Truhe. Machen wir mal ganz kurz kaputt. Hier ist nichts drin. Alles klar. Okay. Das ist ein Riesengreifer. Brauchen wir auch nicht. Da hinlässt noch mal Energie. Die lasse ich mal kurz liegen. Atreus hochhelfen. Ich wechsle den Namen immer. Wie komme ich denn auf Atreus? Also, hier geht es nicht weiter. Außer über diese Brücke. Aha. Okay. Ähm. Ach ne, das ist wieder... Hacksilber ist es gewesen. Alles klar. Okay. So, was haben wir hier noch drin? Noch ein bisschen Hacksilber. Gut. Und dann... Ist hier irgendwie so ein Ketten... Was ist das hier? Ja. Wenn ich jetzt loslasse. So. Ketten fallen lassen. Alles klar. Und jetzt kann ich doch da hochklettern an der Kette, oder? Bestimmt kann ich da hoch. Ja, genau. Da kann ich hoch. Sehr gut. Ich bin da schon drüben. Hallo. Hier bin ich schon. Aber ich würde ganz gerne da hoch. Irgendwie. Ach so. Hier gibt es gar nichts, ne? Doch, warte mal. Hier gibt es noch was? Hä? Warte mal. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. So geht das aber nicht, meine Freunde. Da liegt doch irgendwas. Pass mal auf. So. Alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der richtige Weg? Ist der richtige Weg? Wo ist der richtige Weg? Okay, hier ist nur Erkundung. Alles klar. Okay. So, Hacksilber. Alles klar. Haben wir ein bisschen mitgenommen. Okay. Also, hier war nur der Entdeckerweg. Und hier ist der richtige Weg. Okay. Nehmen wir mal hier hoch. Ähm, hier ist noch was. Noch mal Energie. Ich weiß gar nicht. Soll ich die alle mitnehmen, oder? Soll ich die lieber liegen lassen? Ich weiß es nicht aktuell. Ich weiß es leider nicht. Ja. Ja, bestimmt. Der Kurze fragt ganz schön viele Sachen. Ähm, wo muss ich denn hin? Ach da. Okay. So. Mit der Kette können wir noch was machen. Achso, die können wir schon mal runterschubsen. Äh, ne, ich will wieder hoch. So, geh mal her, die Axt. Dann geht die Brücke wieder hoch. Alles klar. Kein Problem. Wir gehen weiter. Gut. Also, bis jetzt habe ich, ähm, den Eindruck, dass das Spiel sehr geil ist. Alter, sieht das geil aus. Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber, das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Ich will mir noch einmal das Tal anschauen. Was sieht so geil aus, ey? Da ist unsere Hütte. Ach, guck mal. Okay. So. Hier ist noch eine Kiste. Da ist aber nichts drin. Hier mit der Kurbel kann man auch nichts machen. Alles klar. Dann gehen wir hier hoch. Und... Dann geht's hier lang. Alles klar. In die Höhle rein. Will ich die Fackel mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Also. Wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. So. Hier ist noch ein... Ähm... Warte auf mein Zeichen. Jetzt. So. Alles klar. Ciao. Junge. Geh mal kurz zur Seite. Oha. So. Alles klar. Der ist auch gleich tot. Lässt du wohl mal einen Jungen in Ruhe? Du hast ja nicht mehr alle. Okay. R3. Bam. Uh. Alter. Der ist aber mal sowas von hinüber. Das ist noch ein bisschen Hacksilber. Ähm. Junge. Konzentration. Keine Ahnung, wie er das macht. Jetzt ist sowas. Ich weiß es sofort tot. So. Gefahren. Zeiger. Gefahrenzeiger. Um Kratas herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Goldene Zeiger. Kennzeichnen nahe Gegner. Okay. Leuchtende rote Zeiger. Kennzeichnen bevorstehende Angriffe. Leuchtende lila Zeiger. Kennzeichnen. Projektilangriffe. Okay. Verstanden. Schnelle Wände. Ah. Was? Noch mehr Gegner, Junge. So. Jetzt hier eine Axt. Und ruf auf. Zack. Bam. Ciao. Mit V. Ja, ich passe auf. Alles cool, Junge. Yeah. Bam. Ciao. Ciao. Alter. Und enden hier. Ähm. So. Der schießt mit Feuer dahinten, ne? So, weg damit. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Was, zwei noch? Wo denn? Ähm. Noch da oben. Bam. So. Okay. XP art. 64. Nice. Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Okay, sehr gut. So. Schnelle Wände können in Einstellungen neu zugeordnet werden. Äh, das ist klar. Brauchen wir nicht. Kriegen wir so ganz gut hin. Was haben wir hier noch? Können wir noch irgendwas kaputt machen? Ähm. Ein bisschen Hacksilber haben wir noch. Ich denke, da werden wir später irgendwas Schönes verkaufen können. Ich muss nochmal Energie. Und mein Rage-Angriff ist noch voll aufgeladen. Hätte ich mal... Ja, hätte ich mal nehmen sollen. Alles klar. Egal. Egal, egal, egal. So. Hier können wir noch was kaputt machen. Ist aber nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Okay. Dann. Können wir hier was lesen? Sieh her. Ja. Was ist denn das? Meine Jötter-Siedlung. Jötter? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Ah. Ganz schön schlau, der Kurze. So. Ich glaube, sonst kann man hier nichts mehr machen, oder? Nö. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und... Hoch geht's. Hoch geht's. Bin der Vater mit dem Sohn. Hu hu hu. Sehr geil. Der Weg zum Berg. Weiter in Richtung des Bergs. Wird... Aua. Ich bin hier noch. Warte mal. Mein Rage-Eingriff. Bam. Bam. Toll. War eh nur ein Gegner. Was ist das hier? Tempo kostet Präzision. Klar. Okay. Ähm. Ich hätte ihn vielleicht nicht nehmen sollen. Hätte ihn mir auch sparen sollen für ein bisschen mehr... Ein paar mehr Gegner, aber... Na gut. Alles klar. So, was liegt hier noch? Ein bisschen... Hackepilte... Hacke... Hacke Silber. So, hier ist noch ein... Ein Grab. Hm. Was liegt denn hier alles drin? Oh. Leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Okay. Runenangriffe. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Heelsberührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffen mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Ah. Alles klar. Äh. Platz auswählen. Ja, den hier. Anderen kann ich ja nicht nehmen. Äh. Hier können leichte Runenangriffe, Juwelen ausgerüstet werden. Runenangriffe haben zugehörige Attribute und Abklingzeiten. L1 und R1 gedrückt halten. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in den Zaumeln bringt. Schaden. Betäubung. Abklingzeit 30 Sekunden. Okay. Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Das Verbessern von Runenangriffen verbessert auch Ihre Attribute. Alles klar. Drücken Sie hin, um die Leviathan-Axt mit dem Juwel für den leichten Runenangriff auszurüsten. Auszurüsten. Haben wir gemacht. Äh. Ausgerüstete Runenangriffe werden mit einem E-Symbol versehen. Drücken Sie M, um zum Waffenmenü zurückzukehren. Alles klar. Äh. Hier können Späere. Aber Späere habe ich nicht, ne? Nee. Ich habe nur leichte. Alles klar. Okay. Ähm. Jut. Geil. Trophäe. Coole Moves. Nice. Haha. Gedrückt haben, um den leichten Runenangriff auszuführen. Ähm. Ah. Huhu. Alter. Okay. Geht nicht mehr. Alles klar. Da ist ein Cool-Drawn. Ja. Ich sehe den Cool-Drawn. Alles klar. Sehr cool. So. Warte. Der Fadi macht das schon. Los. Keine Sorge. Und wieder schön hinlegen. Noch nicht. Sie hält. What? Siehst du? Ah. Toll. Vater. Hilfe. Ja. Festhalten. Schnell. Ich rutsche ab. Bleib ruhig. Nein. Bin gleich da. Alter. Alter. War gar nicht so schlimm. Augen. Auf. Deine Eile bringt uns um. Hm? Tut mir leid. Oh oh. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind Sie tot? Ich meine... Noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Okay. Aha. Die Gegnergeschwindigkeit wird durch Farbe und Zahl am Gesundheitsbalken angezeigt. Gegnerische Gesundheitsbalken sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Oh. Denkt an. Rezession geht vor Tempo. Alter. So. Hier geht's voll ab jetzt, ey. Oah. Bam, bam. Aua. Oh. Meine Energie lässt gerade ein bisschen zu wünschen übrig. Noch nicht von einem Kacksilber. Wo ist hier Energie? Aua. Ich brauche Energie. Ich brauche da ein bisschen Energie. Wenn's geht. Ich bin gleich tot. Scheiße. Nein. Okay. Okay. Denkt an. Rezession geht vor Tempo. Okay. Los den Scheiß. Aua. 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 Boah, ey. Wie geht's? Aua. Aua, aua. Aua. Ausweichen, ausweichen. Ausweichen. Meine Herren. Also erstmal die Feuerfücher hier wegmachen. Halt's Maul. Aua. Das ist alles nur Hacksilber hier. Warum? Ja. Uh. Aua. Aua. Mein. Ich muss mich hier... Übel. Ich bin schon wieder tot. Leck mich dem Arsch. Das gibt... Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. So, jetzt aber. Ciao. Ich reiß dich auf. Ich reiß euch den Arsch. Ah, sieh euch auf. So sieht's nämlich aus. No. Alles schon tot. Okay. Ciao. Boah, ey. Boah, ey. Was für ein kranker. Shit. Alter. So. Pass auf. Jetzt kriegen wir uns aber hin hier. Aua. Aua. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Boah, ey. Ja, ich weiß, dass ich verletzt bin. Da ist ein Ding. Da ist ein Ding, bitte. Oh, danke. Das hat aber nicht viel gebracht. Oh, oh. Da ist noch mehr. Oh, noch ein. Alter, Schwede. Okay, jetzt seid ihr dran. Alter. Das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Ich glaube, wir werden noch sehr oft sterben. Wir werden noch sehr, sehr oft sterben. Oh. Alter, Vater. Oder ich muss ein bisschen besser. Äh. Ein bisschen besser werden. Okay. Also müssen wir uns ein bisschen besser... Äh. Ein bisschen mehr anstrengen. So. Hackepeter Silber. Habe ich noch. Ähm. Hier ist... Nix mehr, glaube ich. Nö. Hier ist nix mehr. Alles klar. Ach doch, hier kann ich... Ah, jetzt kann ich hier lesen. Okay. Lies es. Oh. Das hier war mal ein Marktplatz. Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Etwas bricht durch die Mauer! Da oben! Ähm. Ähm. Etwas bricht durch die Mauer!